Herzlich willkommen zu einem neuen OpenGL-Tutorial, wobei man dieses Tutorial tatsächlich nicht ganz OpenGL-Tutorial nennen kann, denn tatsächlich die Dinge, die wir hier machen werden, haben eigentlich weniger mit OpenGL zu tun, sondern eigentlich sogar mehr mit der SDL. Und zwar will ich in den nächsten Parts dann ein bisschen Kameras implementieren und also da ein bisschen was rumtesten. Nur dafür müssen wir natürlich irgendwie Input abfragen über unser Programm. Und zudem möchte ich auch noch zeigen, wie wir hier den Swap-Intervall einstellen können. Beziehungsweise wie wir V-Sync anschalten oder ausschalten können. Beziehungsweise wie wir sogar Dinge wie G-Sync oder Free-Sync anschalten können. Und genau, das wollen wir hier einfach mal kurz machen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit diesem Swap-Intervall an. Das ist eigentlich ganz einfach, das können wir auch einfach mal direkt hier oben machen. Und zwar ist das auch wieder so ein SDL-GL. Allerdings nicht Set-Attribute, sondern das heißt ein bisschen anders. Das heißt SDL-GL-Set-Swap-Intervall. Und hier können wir jetzt eben den Intervall einstellen. Und da gibt es im Endeffekt eigentlich drei Möglichkeiten. Wir können 0 hier reingeben. 0 heißt so viel wie kein V-Sync. Das heißt, der Rechner wird dann versuchen, alle Bilder, die irgendwie gerendert werden können, auch auszugeben. Was dann im Endeffekt auch eben zu Screen-Tearing und so weiter führen kann. Aus diesem Grund macht man gerne V-Sync an. V-Sync heißt im Endeffekt, dass der Rechner oder die Grafikkarte so lange wartet, bis der Bildschirm mehr oder weniger fertig mit Zeichen ist. Also zum Beispiel mein Bildschirm hier hat nur 60 Hertz. Das heißt, die Grafikkarte wartet auch immer entsprechend den Zeitpunkt ab, bis da auch wirklich ein neues Bild gesendet wird. Das heißt, ihr schaut halt, dass dann die Frame-Rate vom Spiel tatsächlich auch eben genau diese 60 FPS sind. Und das kann eben helfen, primär eigentlich Screen-Tearing zu verhindern. An manchen Monitore haben aber nochmal eine zusätzliche Einstellung. Und zwar nennt sich das dann Adaptive-Sync oder NVIDIA wäre dann zum Beispiel G-Sync oder AMD Free-Sync. Und die haben eine sogenannte Adaptive-Sync eben. Das bedeutet, dass dort die Frame-Rate oder die Refresh-Rate des Monitors tatsächlich an die Grafikkarte angepasst wird. Normalerweise ist es andersrum. Die Grafikkarte wartet auf den Monitor. So ist es aber im Endeffekt andersrum. Das heißt, der Monitor zeichnet immer sofort, wenn die Grafikkarte dann ein Bild parat hat. Zumindest bis zu einer gewissen Frame-Rate. Und das kann eben helfen, dass man auch nochmal zusätzlich Stuttering und Tearing verhindern kann. Und es generell einfach nochmal ein bisschen flüssiger ist als einfach nur mit V-Sync. Dementsprechend haben solche Monitore häufig auch eine höhere Refresh-Rate von 120, 140, 240 oder was auch immer wie viel Hertz. Gut. Und dieses Adaptive-Sync können wir eben mit Minus 1 anschalten. Sollte ihr aber entsprechend nur machen, wenn das auch supportet wird. Das heißt, wenn ihr eben einen solchen Monitor habt, könnt ihr das hier zum Testen anmachen. Ansonsten für ein wirklich späteres Spiel müsst ihr abfragen, was der Rechner entsprechend hat. Werde ich jetzt hier nicht zeigen. Das solltet ihr dann am besten selber nochmal ausfindig machen. Da gibt es auch von der SDL, soweit ich weiß, irgendeinen Aufruf. Aber hier jetzt erstmal für euch zum Testen und Rumexperimentieren würde ich einfach auf das schalten, was ihr habt. Das heißt, entweder wenn ihr einen V-Sync- oder G-Sync-Monitor habt, auf Minus 1 und ansonsten einfach auf 1. Das heißt, wir machen ab jetzt eigentlich auch immer V-Sync an, damit wir eben auch nur so viele Frames rendern, wie wir auch wirklich anzeigen können. Und so sparen wir uns im Endeffekt auch ein bisschen Leistung. Wenn eine Grafikkarte theoretisch 1.000 Frames pushen könnte, wir aber immer nur 60 anzeigen können auf unserem Monitor, dann können wir eben auch der Grafikkarte sagen, sie müssen nur 60 Bilder machen. Dann hat die auch weniger zu tun, was auch schon mal nicht schlecht ist. So, gut, das war es eigentlich auch schon zum ersten Teil des Videos. Wir können es ganz kurz mal ausführen. Da soll jetzt eigentlich nicht sonderlich viel passieren. Außer, dass wir eigentlich wieder das Programm vom letzten Mal haben. Und ja, man sieht es hier, wie gesagt, nicht den Riesenunterschied. Aber jetzt ist eben auf jeden Fall V-Sync an. Kann sogar sein, dass es default-mäßig an ist. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Wir können es auch gerne mal ausschalten und dann schauen. Ja, ist es aber für mich eben erstmal nicht so relevant. Damit können wir es eben an- oder ausschalten. Wir haben es erstmal angeschalten und so werden wir es auch die nächsten Tutorials auf jeden Fall belassen. Vermutlich sogar die ganze Tutorial-Reihe durch. Gut. Wollen wir uns jetzt um Input kümmern. Und dazu mache ich tatsächlich diese Schleife hier mal ganz an den Anfang. Und zwar fragen wir in dieser Schleife den Input ab. Also im Endeffekt können wir hier Events vom Betriebssystem handeln. Und vom Betriebssystem kommen eben Events wie, okay, der Nutzer möchte gerne die Anwendung schließen. Da haben wir so ein STL-Quid-Event. Wir können aber auch eben Events für zum Beispiel Tastendrücke bekommen oder auch Resize-Events, wenn das Ganze vergrößert oder verkleinert wird und so weiter. Da kann also eine ganze Menge reinkommen und wir wollen uns eben jetzt außer dem STL-Equid jetzt auch noch um den Tastendruck kümmern. Und das ist dann entsprechend ein STL-Keydown-Event. Und das erklärt jetzt auch, warum ich das Ganze hier nach vorne geparkt habe. Und zwar ist es sinnvoll, den Input immer als allererstes abzufragen, wenn man immer den neuesten Stand hat. Wenn wir den erst hier hinten abfragen würden, dann würden wir schon ein komplettes Bild zeichnen und dann erst den Input abfragen. Der kann aber eigentlich erst im nächsten Bild angezeigt werden. Indem wir das jetzt hier als erstes machen, können wir quasi sicherstellen, dass wir tatsächlich den neuesten Input auch wirklich gleich verarbeiten und gleich in das Bild, das wir hier dann auch generieren, mit einbinden können. Ansonsten hätte dann irgendwie der Charakter oder so, wenn man den steuert, dann hätte der immer ein Delay von einem Frame oder so. Ist nicht unbedingt schön, deswegen wie gesagt, machen wir es hier als allererstes rein. So, hier drin wissen wir also eigentlich schon, dass es sich um ein STL-Keydown-Event handelt. Dementsprechend können wir das dann auch abfragen. Und zwar auch wieder mit einer einfachen Abfrage, ifEvent.Key.KeySym. Und wichtig, hier darauf sollte man nur zugreifen, wenn wir auch wirklich wissen, dass es ein Keydown-Event ist. Sonst könnte es sein, dass wir in komischem Speicher rumlesen, der eigentlich gar nicht so gedacht ist, dass wir ihn auslesen, wie wir ihn auslesen. Also, kurz gesagt, abfragen und dann können wir auch darauf zugreifen. Es wird keinen Fehler geben, wenn wir es hier nicht abfragen würden davor. Wir würden ja nur sämtliche Events hier auf diesen Speicherbereich zugreifen. Und da kann durchaus Müll rauskommen. Sogar ziemlich sicher. Deswegen, wie gesagt, wir fragen natürlich vorab, ist es ein Keydown? Und wenn ja, schauen wir, was für ein Key das ist. Deswegen hier KeySym. Und dann Sim, das ist hier im Endeffekt so ein spezieller Key-Type, der eben in SDL so erstellt wird. Deswegen kann man ja hier mit SDL K unterstrich P, können wir jetzt abfragen, ob tatsächlich hier die P-Taste gedrückt wurde. Oder ob es ein Event für die P-Taste ist. Wichtig ist, dass es jetzt ein SDL Keydown-Event. Es gibt natürlich auch SDL Keyup-Events. Das wird dann genau dann gefeuert, wenn der Key wieder losgelassen wird. Und wir wollen ja aber erstmal nur mit dem Keydown arbeiten. Und hier machen wir jetzt folgendes. Und zwar wollen wir tatsächlich das machen, was ich schon im letzten Part so ein bisschen erzählt habe, dass man das theoretisch machen könnte. Und wir wollen das einfach mal ausführen. Und zwar wollen wir unsere Matrizen hier wechseln, beziehungsweise unsere Projektion. Das heißt, wir wollen entweder Ortho oder Projection anmachen. Und entsprechend immer, wenn wir mit P drücken, wollen wir die Projektion im Endeffekt ändern. Und dann, dafür brauchen wir hier oben, das mache ich einfach mal hier hin, einen zusätzlichen Boolean, in dem wir reinschreiben, ob wir aktuell im Ortho-Modus zum Beispiel sind. Sagen wir einfach mal, das ist standardmäßig false. Das heißt, wir sind standardmäßig dann in der Projektion. Wir müssen allerdings hier noch umändern oder umbenennen. Das heißt, wir brauchen hier eine neue Matrix, GLM-Mat4-Orto. Und dann haben wir hier zusätzlich auch nochmal Perspective. Damit haben wir diese Matrizen hier jetzt gesetzt. Und entsprechend standardmäßig, wir machen das davor, packen das hier als allererstes hin. Dann können wir hier sagen, Projection ist gleich Ortho. Ne, nicht Ortho. Moment, wir fangen mit Perspective an. So. Gut. Und hier drin müssen wir eigentlich nur noch abfragen, if Ortho. Und wenn wir also Ortho sind, beziehungsweise wir können es eigentlich hier hinterpacken. Und zwar Ortho ist gleich nicht Ortho. Das heißt, wir flippen im Endeffekt den Wert von Ortho immer. Und wenn wir eben Ortho sind, dann wollen wir umstellen auf Perspective. Das heißt, wir sagen dann hier einfach Projection gleich Perspective. Und hier unten können wir dann entsprechend sagen, Projection ist gleich Ortho. Und das reicht eigentlich auch schon. Damit müsste es eigentlich schon laufen. Wir können jetzt mal ganz kurz schauen. Okay, da gibt es noch irgendwelche Probleme. Da habe ich irgendwas falsch gemacht. Na, so, die heißt natürlich gleich. Das ist natürlich eher schlecht. Ähm, Ortho Projection. Und da müssen wir es hier zuweisen. Huch, es ist ja irgendwie hier rumgesprungen. Das wollte ich nicht. Gut, jetzt funktioniert es. Wir sollten natürlich die Variable nicht gleich benennen. Das ist in der Tat keine gute Idee. So, jetzt haben wir unsere Anwendung und können tatsächlich P drücken. Und jetzt sehen wir, dass hier irgendwas noch nicht ganz klappt. Nein, also ich kann jetzt hier P drücken. Und wenn ich P drücke, wird es auch klein. Aber tatsächlich nur ganz kurz. Also das Event wird wieder ausgeführt. Irgendwas stimmt ja also noch nicht ganz. Ähm, ja gut. Ich weiß, was nicht ganz stimmt. Ich frage mich, warum ich das hier genau so erstellt habe. Wir müssen natürlich abfragen, dass Event-Type gleich STL-Keydown ist. Ich war, glaube ich, mit dem Kopf irgendwie in einem Switch-Statement. Ich weiß nicht, warum. Wir müssen natürlich hier nochmal das Ganze hier so hinschreiben. Also wir prüfen den Event-Type und wenn der STL-Keydown ist, dann machen wir das Ganze. So. Jetzt kann man es ausführen. Und jetzt soll das auch funktionieren. Wir drücken P. Jetzt sind wir hier tatsächlich wieder in der orthografischen Ansicht. Das sieht man eben, wie gesagt, ganz gut dadurch, dass dieser Strich hier immer gerade ist. Immer horizontal ist. Wenn ich jetzt wieder umstelle, sind wir jetzt wieder in der perspektivischen. Das heißt, dass wir jetzt hier schön, äh, ja, dass dieser Strich eben nicht mehr genau gerade bleibt. Sondern nach vorne und hinten geht, mehr oder weniger. Das heißt, jetzt haben wir eben wieder den Tiefeneffekt drin. Hatten wir im letzten Part schon gesehen. Nur jetzt können wir es eben hier auch auf Tastendruck umstellen. Wir können es auch hier gedrückt lassen. Dann switcht natürlich ganz schnell hin und her. Ist auch ganz witzig. Und, äh, genau. Das wäre es tatsächlich eigentlich auch schon mehr oder weniger für diesen Part. Wie gesagt, ist eher Vorbereitung für den nächsten Part. Ich kann auch eine Sache zeigen. Auch wenn wir die jetzt nicht nutzen werden. Aber wenn ihr euch vielleicht fragt, okay, wenn ich irgendwas überprüfen will, wie zum Beispiel ist die Alt-Taste gerade gedrückt. Das geht nämlich tatsächlich. Und zwar können wir dann hier drin zum Beispiel überprüfen. Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen das nur machen, wenn auch, äh, irgendwie, ja, die Alt-Taste zum Beispiel gedrückt ist. Oder die Steuerung-Taste. Nehmen wir vielleicht die lieber. Dann machen wir einfach Event.Key.Key.Sym.Mod. Mods sind quasi die Modifizierer. Das sind eben Tasten wie Alt, Steuerung und so weiter. Oder Shift und was auch immer. Ähm, äh, sorry. Und dann können wir das entsprechend hier abfragen. Äh, beziehungsweise es ist hier tatsächlich eine, ähm, ein Bitfield. Das heißt, wir müssen hier mit einem Und arbeiten. Also ein einfaches Und. Das heißt, wir machen eine Bitweise-Und-Verknüpfung. Äh, hatten wir auch mal angeschaut im Grundlagentutorial von C++ zu Bitfields. Also da gibt es auf jeden Fall was. Und dann können wir entsprechend das Ganze abfragen. Also ich muss selbst mal ganz kurz schauen, wie die eigentlich noch gleich hießen. Die hießen KeyMod. Genau. Das habe ich nämlich tatsächlich nicht vorbereitet. Aber, ja, so kann man es auch finden, ne. Man geht da einfach in die SDL-Keycode-Datei. Und hier sieht man es dann sehr schön drin. Ja, wir haben ja eben dieses Enum. Und da sieht man auch sehr schön, dass es sich eben um ein Bitfield handelt. Steht auch hier nochmal extra dabei. Und entsprechend walten wir ja Steuerung-Taste. Also Left-Control. Wir könnten natürlich auch beide nehmen. Ähm, ich nehme jetzt auch mal einfach nur Left-Control. So. Und dann kann man das eben hier entsprechend abfragen. KeyMod-L-Control. Und jetzt sollte es nur noch funktionieren, wenn wir entsprechend auch die Steuerung-Taste dabei drücken. Das heißt, da drücken wir es einfach mal so. P. Man sieht, passiert nichts. Jetzt drücke ich Steuerung-P. Und jetzt stellt er wieder um. Also so kann man zum Beispiel was implementieren, was eben die Steuerung-Taste, Alt-Taste oder was auch immer noch zusätzlich benötigt. Und ja, das soll es aber tatsächlich auch sein, weil wir werden wahrscheinlich diese K-Mod gar nicht brauchen für die Kamera. Aber so haben wir schon mal gesehen, wie wir eben Tasten abfragen können. Das wollte ich nämlich nicht unbedingt noch direkt ins Kamera-Video packen, wie man das macht. Ähm, deswegen habe ich es eben hier in dieses extra Video rausgepackt. Ist das nicht so mega lang, aber ja, gut. Ist auch nicht so schlimm, ne? Machen wir dann vielleicht das nächste dafür ein bisschen länger. Wir werden sehen. Gut. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich auch immer über einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao.